Erfolgreich, sehr gut. Also waren viele Besucher da, das Mäste wurde gut angenommen, wird von Jahr zu Jahr besser. Wo kamen die Leute her? Aus ganzem, vom Niederrhein, aus Westfalen sogar, aus Warendorf, Reckenhorst. Also hat mich gewundert, wie weit die doch fahren. Wird das Einzugsgebiet immer größer, haben Sie den Eindruck? Ja, definitiv. Wird von Jahr zu Jahr mehr Leute, mehr Aussteller, kriegt ein richtig gutes Image. Gut, wir hatten gute Gespräche mit unseren Mitgliedern, wir waren gestern sehr zufrieden. Wir waren sehr zufrieden, alles bestens gelaufen, die ganzen Entscheidungsträger waren da, war alles wunderbar. Wie waren Sie mit der Messe zufrieden bisher? Super, sehr gut. Also gute Kundenkontakte schon gehabt und hat es sich auf jeden Fall schon mal gelohnt, hierher zu kommen. Kommen Sie nächstes Jahr wieder? Natürlich. Was ist das Schnellding? Waren Sie zufrieden bisher mit der Messe? Sicher. Was war besonders gut? Alles. Sehr zufrieden mit der Messe, auch im Service vor allen Dingen. Ja, der Platz ist super. Die Leute sind anständig da. Man darf sich nicht beschweren. Wir als Holländer sind wieder zufrieden. Nein, bisher ist es wundervoll, ja. Frieden. Was war besonders gut dieses Jahr hier auf der Messe in Karka? Eine schöne neue Halle, ein schönes Ambiente und da kann man nur zu gratulieren. Und wir freuen uns, dass wir da drin teilnehmen dürfen. Kommen Sie nächstes Jahr wieder? Ja. Wie war die Messe bisher? Wunderbar. Was hat Ihnen besonders gut gefallen? Der Herr Remi. Wie in die neue Halle natürlich. Wir sind als Aussteller, der zum ersten Mal hier teilnimmt, sind wir sehr gut zufrieden. Viele gute Kontakte und hier ist eine gewisse Kundennähe zu erkennen. Kommen Sie nächstes Jahr wieder? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall kommen wir nächstes Jahr wieder. Also bist du nicht zufrieden? Ja, sehr zufrieden. Mit dir. Okay. Nein. Messe ist gut. Temperatur ist gut. Was sollte noch schlecht sein? Schon mal gut. Gestern Abend, ja. Ich bin sehr zufrieden. Ich bin sehr zufrieden.